Zollfußleute, heute mal wieder Schallerzeugertest Funke Petarda Blue 3 Grammar oder auch genannt FP3 Blue. So, das ist das kleine Gachel da, das heißt wenn Blue ist schon mal sicher ein Ding nehmen, sicher eine blaue Vorbrennung. So, mal schauen was der Kuh kommt. Alter, bist du das Wahnsinn? Ja gut, Servus!